Guten Morgen! So. Hey! Hab ich? Ich hab 8 E-Ridio bekommen! Krass! So... Guten Morgen, Schatz! Ich werde heute eins spazieren. Freitag, weil heute ist Montag. Aber ich brauche ein wenig Zeit für mich selbst. Ich sehe dich dann am Abend. Okay, Schatz. Hm, ja. Baby... Zweites Baby... Warte, wie guckt's da unten aus? Okay... Ich muss grad, ich muss da drin haben, krass. Ähm, gut. Gucken wir mal hier. Das ist alles fertig soweit. Nur Viktor braucht noch 4 Herz. Okay. Hier schaut so aus, ja. Ich war schon lange nicht mehr hier in Star Dueling, ja. Muss ich mir das wieder alles neu angucken. So, wir haben Post. Das war heute für Tag 15. Hey, ich habe dieses Ding irgendwo in einem Schrank gefunden. Dachte, du könntest was damit anfangen. Ja, super! Ein Bier, ja, was aber schon offen war, irgendwann mal irgendwo gefunden. So. Genau, eins der letzten Dinge war, dass ich hier Gras rumgemacht habe. Stimmt! Da war ja was. So, hier wächst überall das Gras. Entschuldigung. Da haben wir nix. Das Wetter bringt mich hoch. Das macht meine Stimme kaputt. Wieso fühle ich mich jetzt so verdammt krank? Oh, es gibt Meeren. Ich war vor zwei Wochen krank, ja. Ungefähr. Entschuldigung. Jetzt soll es eigentlich alles super sein. Aber... Keine Ahnung. Ach, warte! Ist nicht zufligerweise... Diamant kaputt. Fertig! Wieso kaputt? Hm, ich brauch noch mehr von den Dingern. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich hab schon so lange mit mir gespielt. Ah... Ist das Trüffel? Hey, das war Trüffel. Meine Blümchen sind fertig. Ich hab halt noch gar nichts geredet, großartig. Deswegen ist meine Stimme noch so tief. Wahnsinn. Guck mal hier. Genau, hab ich auch alles schön gemacht. Ich glaube, ich gewann hier durch. So. Guck mal hier durch. Stimmt, ich hab Käse drin, oder? Nö. Ne, das ist Wein, was ich drin hab und mach. Gerade im Moment. Genau. Jetzt weiß ich's wieder. Also. Wahnsinn, man merkt sofort, wenn man nicht so viel trinkt. Dann noch reden will. So. Kaum beschäftigt man sich so... Wie funktioniert das? Welche Taste muss ich drücken? Dann weiß ich's nicht mehr, was ich für eine Taste drücken muss. LOL. Manchmal. Aber nur manchmal halt. Verhalte ich mich komisch. So. Wieso drück ich... Kann mir jemand erklären, wieso ich Tab drücke? Ich hab zu viel andere Spiele gespielt. So. Äh. Wir haben kein... Ne Wolle. Kein... Nein, keine Wolle. So. Gut. Jo. Na denn... Nehmen wir das mit jetzt auch noch mal ein Trüppeln. Da hatten wir noch mal ein Tierchen. Zwischen dürfen wieder streicheln. Ich hab schon streicheln. Okay. Äh. So. So. Hier wunderbar. Na ich hab ja letztens... Also letztens... Keine Ahnung, ob das eine der letzten Folgen war. Na ja. Irgendwann mal hab ich gesagt. Vor kurzem. Ja. Schon bisschen länger her. Ähm. Dass äh. Demnächst ein neues Studio Valley Update kommt. Also wie's ausschaut. Da ne Xe geschlüpft. Ja. Nein. Wie's ausschaut. Wie nennen wir die? Nennen wir Baumstern. So. Ähm. Hallo Baumstern. Ja. Ähm. Das scheint... Scheint so. Nur so'n... Äh. Update zu sein für den Multiplayer. So wie's ausschaut. Ich hätt mir auch gern irgendwas gewünschen. Also keine Ahnung wann das Update kommt. Ich dachte es würde im Mai kommen. Jetzt haben wir Juni. Fast Juni. Äh. Ja. Hätt ich mir gewünschen, dass es auch was gibt für einen normalen. So. Für das normale Stardew Valley. Mehr Items. Oder keine Ahnung. Irgendwas anderes cooles. Ne größere Farb. Weil's ja eh nicht so groß ist. Keine Ahnung. Irgendwas. Nicht nur von Multiplayer. Ich spiel kein... Oh. Entschuldigung. Ich spiel kein Multiplayer. Im Moment. Hat noch nie gespielt. Doof. Also es ist doof. Dass da nur im Multiplayer was gemacht wird. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaub's nur. Weil ich ja gelesen hab, dass es da neues Geldsystem da gibt. Beziehungsweise, dass jeder irgendwie sein eigenes Geld haben sollte. Und äh ja. So schaut's aus. Und ich glaub andere Farmeräe aus. Ich weiß es nicht mehr genau. Tut mir leid. Ähm. Scheiße. Jetzt hab ich den Trüffel noch dabei. Mann. Mendo. So. Haben wir schon wieder zwölf Uhr. Tja. Muss mal kurz gucken wegen den Erfolgen. Sammlung. Was fehlt mir eigentlich alles noch? Scheiße. Stimmt. Ich muss ja durchlaufen. Wegen den Dingern da. Mensch. Das sollte ich täglich machen. Darf ich nicht vergessen. Das haben wir hier schon alles. Hier die Erfolge. Eine vollständige Sammlung. Das dauert noch. Und Handwerker stelle alle Gegenstände. Ja genau. Da sind wir auch stehen geblieben. So. Das hab ich schon mal hergestellt. Ein Holzzaun. Stahlzaun haben wir noch nicht hergestellt. Das hab ich auch noch nicht hergestellt. Ein Hartholzzaun hab ich schon hergestellt. Und ein Tor auch. Lass mal abarbeiten. Kurz. So. Das nimm mal mit. Das nimm mal mit. Ja. So. Bauen wir einmal das hier. Nehmen wir das hier. Dann haben wir das hergestellt. Das auch. Das auch. Das. 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 Das hab' ich hergestellt. Das hab' ich auch hergestellt. Schleimbrotkasten hab' ich auch. Glaub ich. Ja. Glaub schon. Das sage ich, das sage ich auch. Den kleinen Sprinkler habe ich noch nicht hergestellt, glaube ich. Und den Qualitätssprinkler, den schon. So kleinen Dings ist Kupferbaren und Eisenbaren. Kupferbaren. Oh. Den Notenblock habe ich noch nicht hergestellt. Pflessenfaser, Kupfer und Fasern. Pflanzenfaser, Kupfer. Äh? War doch Holz? Ja. So. Da brauche ich auch Kupfer. Ja, super. Gut, Kupfer haben wir gerade keins. Das muss ich dann auch noch herstellen. Normalen Dünger habe ich auch noch nicht hergestellt. Qualitätsdünger schon. Was war jetzt für normalen Dünger? Das. Furcht, oder? Äh, ich kann mir irgendwas auch nicht merken. So. Das habe ich noch nicht hergestellt. Das stellen wir jetzt auch mal her. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da habe ich noch Lehm dazu. So. Meistens stelle ich das Düngerzeug nicht her. Kiefernmuschel. Äh, Kieferding und das hier. Eine Koralle und das hier. Okay. Packen wir mal das Düngerzeug weg. Ja, das ist halt die Frage, wie ich das am besten, wo ich das rein tue. Das zucken wir mal hier rein. Also das hier in die Essenskiste. Da... Moment. Hier kommt der Blumenkohl. Wo ist der Blumenkohl? Da ist der Blumenkohl. Da ist mein Blumenkohl. Da ist der Lauche. Kommt da rein. Die Bären. Ach stopp. Ich wollte ja weitergehen. Da sind nur die Bären einsam. Aber Mensch. Hm. So. Hier. Das Zeug mit rein. Äh. Warte. Ist der das Kieferzeug drin? Nö. Da ist es wahrscheinlich hier drin. Eichenharz. Kieferdingens. Nö. Ist da die Koralle drin? Warte mal da die Koralle drin. Nö. Da ist die Koralle. Die Minusmuschel. War das da schon alles? Und hier. Das hier. Und das hier. Eine kleine Bombe habe ich auch noch nicht hergestellt. Da brauchen wir wieder Kupfer dafür. Eine große Bombe schon mal hergestellt. Weiß ich nicht. Kohle und Eisen. Kohle und Eisen. Also das hier habe ich auf jeden Fall auch noch nicht hergestellt. So. Da. Eisenerz. Oh. Äh. Lol. Wir haben genau drei Eisenerz. Was hier drei Eisenerz brauchen? Nein. Wir brauchen vier Eisenerz. Mist. Gut. Hier. Gold. Solar und Schatten. Brauch ich da jetzt? Goldbarn. Scheiß Kurzzeitgedächtnis. Nein. Okay. Haben wir nicht. Und drei Kupfer. Können wir umwandeln zu dem. Den haben wir noch nicht gemacht. Eisen umwandeln zu dem hier. So haben wir jetzt gemacht. Das habe ich glaube ich auch schon mal hergestellt. Die Dinger habe ich hergestellt. Die Dinger habe ich auch hergestellt. Ähm. Haben wir irgendwo eine Eichel. Ähm. Eichel. Da. So. Packen wir mal kurz ein bisschen zurück hier raus. Ähm. Das packen wir raus. Das packen wir raus. Das packen wir raus. Das und das. Kohle. Das und das. Das und das und das. So. Was brauche ich jetzt dafür nochmal. Okay. Das ist der Snack. Kürbis und eine Fackel. Ach je. Und da brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr. Wo haben wir die Kürbisse. Kürbis. Haben wir dann die Fackel drin? Nö. Dann ist vielleicht da drin. Irgendwo haben wir nämlich Fackeln. Fackel. So. Dann brauchen wir Holz. Holz und Fasern. Holz. Das und das haben wir hergestellt. iony. Holz und Fasern. Holz. Was. Das. Das und das. Das haben wir hergestellt. Das haben wir hergestellt. Das haben wir hergestellt. Das haben wir hergestellt, das haben wir nicht hergestellt. Wir brauchen zwei Eisenbahnen. Zwei Eisenbahnen, was brauchen wir sonst noch? Das war's. So, gut. Das haben wir hergestellt, das nicht hart soll, Schleim. Eisen heraus. Ist da noch was rein? Ja. Weg, 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 weg. Wir haben Schleim. Hat er noch Schleim? Ja, wir haben noch Högenschleim. Und Hartholz. So. Die haben wir auch nicht hergestellt, Eisenbahnen und Stoff. Die Eisenbahnen... Ich hab den Stoff verkauft, ja. Aber ich hab auch genug. Gut. So. Das hier... Das hier brauchen wir zwei Goldwaren. Hab ich noch irgendwo Kupferwaren? Nö. Ne, warum sollte ich das auch haben? So. So. Äh. Kann ich jetzt ein Angelzeug hier rein schmeißen? Das ist euch da drüben drin, glaub ich, gell? Bisschen eine Metafrei machen. Ja, da hab ich das Zeug. Verdammt! Was? Lol, wie krass meine Quirk zwei Kinder gleich auf einmal anfangen zu laufen. Gut. Das da rein. Das da auch. Das kommt weg. Das kommt das auch. Weg, weg. So, Kacke. Kann ich zufälligerweise das hier da reinpacken? Ja. Gut. Wir haben das auch verräumt. Ähm. Ja, dann... Gucken wir mal weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Das haben wir gestellt. Da zwei Goldwaren. Und da alles. Gut. Das hier brauchen wir Knoblauch und ein Öl. Ein Öl und Knoblauch. Zehn Stück. Wir haben bestimmt keine zehn Stück Knoblauch. Dann zwei Knoblauch. Das heißt, wir müssen uns Knoblauch holen. Mal kurz gucken. Äh, da. Knoblauch. Hier brauchen wir die ganzen Pizze. Entschuldigung. Sehr trocken. So. Dann gehen wir mal kurz zu Pierre. Schauen wir mal, was wir alles für Samen einkaufen müssen. Mal hier mal kurz gucken, ob hier irgendwo was ist. So Würmchen oder so. Die Bären sammeln wir jetzt dann gleich noch ein. Wenn ich dran denke. Ich möchte aber erstmal kurz hier da durchgehen, damit ich vielleicht wieder das eine Achievement kriegen kann. Ah, guck mal. Das sind zwei von den Dingern. Die Dinger hier haben wir fertig. Willi. Fünfmal Hering. Bock. Schaut's hier aus? Ich. Komm. Das Eifers hat nur. Als nächstes kommt der Blumen. Okay. So, hallo. Ich möchte ja gern zwölfmal Knoblauch einkaufen. Gibt's hier im Frühling, ja? Tja. Also zwölfmal brauche ich jetzt nicht, aber... Auch trotzdem mal zehnmal ein. So hab ich zwölfmal gesagt. Ah, no. So. Das Hammer. Das stell ich jetzt einfach her. Krabbenreuse. Habe ich die schon mal hergestellt? Ich glaube nicht. Auch mal eine her. Dann hier ihr Riedium Ding habe ich hergestellt. RING von JOVA glaube ich habe ich auch hergestellt. Bin mir nicht ganz sicher, was ich da alles hergestellt habe. Das Ding habe ich schon mal hergestellt, glaube ich. Glaub ich, ja. Ja, ja schon. Das hier habe ich noch nicht hergestellt. Das hier auch noch nicht hergestellt. Das hier auch nicht. Das heißt, wir gehen wieder nach Hause und stellen das Zeug nochmal schnell her. So, ich glaube, ich muss mal kurz AFK, sobald ich zuhause bin. Ah, kurz mal drehen der AFK. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, wo haben wir stehen geblieben? Ich hab ja bei der Dressen so gedacht, so, hey, Knoblauchöl. Ja, das Öl kann ich da raustun. Habe ich letztens auch in real life hergestellt. Das machen wir mal hier rein, so. Die Muschel kann ich auch wieder wegpacken. Ich brauche hier, glaube ich, jetzt nicht mehr. Nein, jetzt passen wir nicht mehr rein! Gut, äh... Ja, das ist alles... Kacke. Äh... Nö, das wollte ich ja nicht sagen. Oh, hier das Kiefernzeug drin. Du Ghetto! Auf der Mama mitten im Weg rumzulaufen. Wo ist denn jetzt das Achorn-Dingens? Da war doch irgendwo noch das. Okay, das ist die Kiste. Gut, packen wir mal vielleicht erstmal nach oben und das Zeug weg, bevor ich wieder irgendwas kaputt mache. Oh, sehr schön. So, da. Genau. Wir wollten dann herstellen... Ähm... Trag ich den? Trag ich den? Ring von Joba und Iridium-Ring. Gut, habe ich auch. Ja, meine Ringe. Gut. Das hier haben wir... Das hier haben wir nicht gebrochen. Oder? So. Und hier brauchen wir noch Stein. Da. Stein. Hier... Steinfeuerschale. So. Und das Lagerfeuer habe ich auch noch nicht hergestellt. Wir haben keine Pflanzenfasern mehr. Hm. Okay. Das hier eine Stammfeuerschale. Die habe ich auch noch nicht hergestellt. Aber es... Ich habe keinen Platz mehr. So leid es mir tut. Ich habe keinen Platz mehr für den ganzen Scheiß hier. Äh... Kacke. Ich muss mal gucken, wo ich das reinpacke. Hm. Was ist denn hier? Ich hab schon... Wie schön. Wie schön aus. Hm. Vielleicht kann ich die Muscheln dann doch wieder da reinpacke. Oder vielleicht auch nicht. Äh... So. Da könnte ich sie reinpacken. Wie 0815 Fisch-Sammlung-Dingens hier. Ich packe hier nochmal eine Kiste hin. Ich glaube, ich mache hier nochmal eine Kiste hin. Ich glaube, ich packe erstmal... Was ist weg? So. Wollen wir mal eine Kiste? So. Das ist eine... Kiste. Ja. Äh... Woran schaut? Wo bin ich aus? Wie bin ich da? Welche Farben nehmen wir dann da? Oh, da. Da. Ein rosa. Das rosa hat man noch nicht. Dunkelrot, rot, blau, blau... Hat die Kiste schon? Ich glaube, die direkt hat man noch nicht. Echt? Krass. So. Hm. Jetzt könnte ich mal das Angelzeug reinpacken. So. Wo haben wir ja so viel Angelzeug? Und die Muscheln. So. Dann kommt das Zeug nämlich auch mal weg. Gut. Äh... Muschel, 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 Muschel. Äh... Ja. Da ist noch Angeldingens. Auch ein Angeldingens. Weg damit. Hier sind nicht nur Muscheln. Aber... Na ja, ne? Zum Thema passt's. Dann... Dann mal hier können wir das hier reinwerfen. Das hier und das hier. Auch mal da rein. Mal gucken, wie's hier ausschaut. Da hat auch was zum Angeln drin. Nö. Auch mal sortieren. Ach ja! Ja ja! Ach so, ja. Hier dann die normalen Pizze. Guck mal, konnte ich ja auch was herstellen. Da, das da. So, hat man das auch mal hergestellt. Heute sind jetzt echt alle Pizze? Ne. Die normalen Pizze hab ich nicht gebraucht. So. Mh... Das kommt weg, das kommt weg und... Ja. Und das war's. So. Hat das hier weg? So. Da haben wir schon ein bisschen mehr Überblick. Den Riegel. Können wir hier rein abkennen. So. Das Zug auch. Mh gut. Was wollt man dann noch herstellen? Die... Ach so. Das haben wir noch nicht hergestellt. Und das Feuerding auch nicht dafür mehr platzenfasern. Und hier brauche ich Hartholz und Kohle. Ähm... Kohle und Hartholz. Das haben wir noch nicht hergestellt. Ich bin mir aber grad nicht ganz sicher. Das Reifefass habe ich hergestellt. Einen Gärtentopf. Einen noch nicht hergestellt. Mh... Mh... Lehm... Verfeinerter Quarz... Stein. Echt nicht? Krass. Lehm... Ups... Lehm... Verfeinerter Quarz... Stein. Lehm... So. Die zwei Schräger werden auch schon hergestellt. Glaub das war's dann. Geht das gut weg. So. Gut. Dann schauen wir mal. Ob wir noch was finden. Also zum Beispiel so an Sachen, die man so sammeln kann. Oder ein Artefakt. So, jetzt bin ich wieder nicht mehr alleine. Jetzt bin ich wieder zu flüstern. Ups... Nein, ich möchte das nicht essen. So, was für ein Kack. Ups... 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 Nice, aah... Gut. Oh! Der Schatz kommt von oben. Lol. Ja, ich werd angegriffen oder was? Mal auf damit. Nein, aua! Weg, weg, weg! Sch-sch-sch... Jetzt kack mich nicht an. Fals! Ich brauch den Ring, damit ich hier nicht mehr angegriffen werde von Schleimen. Achso, den hab ich hier glaub ich schon. Ich hab ja die Abenteurer-Gelder-Dinge alle fertig. Da gab's ja auch den Ring. Naja. Passt schon so. Wunderbar. Muss ich gucken, da kann ich wieder ein Schleimei reinpacken. Da können sie die vielleicht irgendwann vermehren. Die Weltherrschaft an sich reißen. So, scheiße, ich muss nach unten auch noch. Ich dachte mir einfach so, hey, das geht einfach nur so. Und die Seite, wo ich damals gesagt hab, wo man sehen kann, was für Artefakte es gibt, die hab ich nicht mehr. Da mir mein Browser gecrashed ist, da Firefox gemeint hat so, hey, ich möchte gern updaten. Dann so, hey, deine Tabs kann man nicht mehr wiederherstellen. Na, wie findest du das? Ich hab gesagt so, hey, ich find das voll cool und so, weil das waren ja nur 500 Tabs. von daher, wow, so voll cool. Da muss ich die alle wiederherstellen. Beziehungsweise vom ganzen Jahr. Man kann ja nur von Anfang des Jahres das dann herstellen. Und, äh, die dürfte ich alle durchsuchen. Das hat mich aufgeregt. Und hey, gestern ist mir zufälligerweise dasselbe passiert. Firefox hat wieder abgedatet und dann so, hey, was, deine Tabs? Ah, ja, na, die sind nicht mehr zu wiederherstellen. Gut, dass ich die aufgeräumt hab, aber ich hatte mir überlegt, so, hey, was für YouTube-Videos hab ich dann den letzten ganzen Monat nicht angeschaut. Da alles relativ, ja, da ich ursachtig keine Zeit hatte und auch, äh, etwas niedergeschlagen war. Emotional. Dann hab ich dann praktisch vom April nicht wirklich Videos geschaut. Und, äh, auch immerhin nicht. Die Millioni jetzt auch nicht unbedingt so. Ja, die hab ich mir jetzt so, damit ich den Überblick hab, kann ich mir die alle mal im Browser öffnen. Gut, hab ich natürlich gemacht. Und dann, ja, hat YouTube gesagt, äh, YouTube Firefox gesagt so, hey, neues Update. Jetzt kannst du sie nicht mehr wiederherstellen. So, letzter Tab, den du geöffnet, äh, den du geschlossen hast, steht nix drin. Ha! Cool, oder? Gut, durfte ich die dann von... ...alle wieder... ...beziehungsweise... ...nochmal nachgucken, weil ich habe die erst geöffnet gehabt. Ob ich die dann irgendwo finde. Beziehungsweise, dass ich die dann... ...wieder alle rausmachen konnte. ...wieder alle öffnen konnte. Weil das ist ja erst letztens passiert gewesen. Vor... ...ner Woche ungefähr, dass ich das, dass das gecrashed hat. Mit den 500 Tabs, 400, 500 Tabs. Jetzt hatte ich halt wieder 400 Tabs. Ungefähr ja, 450. Wegen den YouTube-Dingen. Auch noch. Aber... Naja... Davon... ...waren dann irgendwie bloß noch... ...150 YouTube-Videos oder so. Ich muss jetzt durchgucken und dann muss ich schauen, welche ich noch nicht geschaut hab von den interessanten Videos. Ja... Es sind auch viele kurze Videos dabei, ja so ist es nicht. Gar nicht schon viele YouTube-Videos. Aber ich schaue zumindest mal rein, ob's interessant ist. Und ja... ...das ist etwas ärgerlich. Was ich sonst noch sagen wollte... Ja, ich war die letzte Zeit jetzt nicht so aktiv auf YouTube. Gut, auch irgendwo anders da. Aber das liegt wie gesagt daran, dass... Hey, ich hab ein Real Life. Und da läuft im Moment alles ein bisschen... ...nicht so wie es sollte. Und äh... Also... ...sehr scheiße eigentlich. Und äh... Ja... Das hat mir relativ auch... ...die Lust verdorben... ...was anderes zu machen. Und ich hatte auch großartig keine Zeit. Das ist halt doof. Oh, da ist ein Wurm. Hoffentlich ist das das, was ich brauche. Nein, das war die. So ein Zufallabbau. Hm. Ja... Also... Es ist im Moment im Reader für mir etwas sehr komisch. Und das wird sich wahrscheinlich auch... ...ja... ...Ewigkeiten nicht mehr ändern. Weil es eigentlich nur noch... ...ja... ...negativ großartig sein kann. Jetzt im Moment. Wobei ich immer noch die Hoffnung habe, dass es gut sein könnte. Ähm... Ja. Ups. Mal so... ...zu formulieren. Äh... Es... ...betrifft mich als Angehörige. Ich bin aber nicht die Hauptperson. Und äh... Ja. Das... Mehr sag ich dazu nicht. Das lassen wir einfach mal in Rätsel. Vielleicht sag ich irgendwann dazu mal mehr. Aber... Ja. Hm. Ja. Und deswegen habe ich mehr oder weniger... ...keine YouTube-Videos großartig hochgeladen. Weil es mich halt auch... ...traurig gemacht hat. Ich bin immer noch traurig. Ähm... Und... Ja. Gerade momentan ich einen guten Tag. Da kann man aufnehmen. Ja. Äh... Und ich habe auch großartig nichts gezeichnet im Mermaid. Weil... ...ich hatte wie gesagt keine Zeit. Hm. Ja. Und äh... ...hatte dann auch großartig keine Lust manchmal. Na ja. Was für ein Ende. Ich sag nur... Hey, ihr seid alle froh, dass ihr... Also wenn ihr gesund seid, seid froh darüber, dass ihr gesund seid. Auch keine Scheiße. Und ja. Gut. Dann bin ich mal hier weg. Beziehungsweise... Sie gemeint weg. Man muss es ja auch immer wertschätzen, also dass man gesund ist. Hm. So. Ich wusste auch ne Zeit lang nicht, was ich da großartig dazu sagen soll. Aber ich wollte halt auch irgendwie ein bisschen was dazu sagen. Aber... Naja. Vielleicht zeig ich dazu mal irgendwann mehr. Gut. Tschüss!